Moin zusammen Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Ja, manchmal gibt es in diesen dunklen Zeiten auch einen schönen Lichtblick, worüber ich euch informieren möchte. So haben wir hier einen Vollblutunternehmer aus dem Allgäu, der das Allgäu Outlet betreibt. Das ist der Marc Wenz und wie der Titel hier bei infranken.de schon sagt, seht ihr, Chef aus dem Allgäu zahlt Angestellten die Stromrechnung für das gesamte Jahr. Und dieses Allgäu Outlet, das lief wohl im Jahr 2022 sehr gut, 2021 wiederum nachvollziehbarerweise sehr, sehr schlecht. Und man sieht das, die haben hier viel Kleidung, so Mützen gibt es dann hier, T-Shirts, Jacken, Pullover, Hosen, alles was so das Herz begehrt, wer da was haben möchte, findet da was. Und im Jahr 2022 haben sie wohl sehr, sehr viel und hart gearbeitet, alles drum und dran. Und dass das Unternehmen einen Rekordumsatz brechen konnte, der im Jahr 2019 bereits aufgestellt wurde. So und dementsprechend ist das wirklich ein Unternehmer, der seinen Mitarbeitern dann auch etwas zurückgibt. Und ich bin immer fest der Überzeugung, ein guter Selbstständiger, ein guter Unternehmer, und ich habe viele Schlechte kennengelernt, nebenbei gesagt, ein guter Unternehmer weiß, dass das Wichtigste in seinem Unternehmen die Mitarbeiter sind. Denn ohne Mitarbeiter könnte er nicht produzieren, könnte er nicht verkaufen etc. Und der weiß das ebenfalls. Und er sagt nämlich hier ganz klar, er wird die Stromkosten seiner Mitarbeiter zu Hause komplett übernehmen. Und das ist schön, das ist toll, wenn ein Mitarbeiter, wenn ein Geschäftsführer so etwas finanziell erstmal machen kann, weil er nicht zu sehr über den Tisch gezogen wurde von dem Staat, denn Steuern sind raub, wie heißt das so schön. Und dementsprechend 70 Mitarbeiter, die jetzt hier glücklich sind, diese Kosten übernommen zu bekommen. Und da geht es nämlich um die Inflationszahlung, hier, die ist ja bis zu 3000 Euro steuerfrei. Und in Summe macht das bei seinen Mitarbeitern dann ca. 50.000 Euro netto für den Mann aus. Also wirklich, sowas muss man auch mal richtig toll positiv hier in der Welt oder in Deutschland bekannt geben, dass es solche Unternehmer gibt, weil, da kommen wir direkt zum Hakenschlag, es ist Unsinn, wenn der Staat hingeht und so viel regelt, reguliert, wie zum Beispiel Mindestlohn und ähnliches. Es gibt genug sehr gute Unternehmer, die sagen, faire Arbeit, gute Arbeit muss fair entlohnt werden. So ist es richtig rum. Und wenn du aber als Selbstständiger oder auch als Geschäftsführer, Unternehmer und sonst was, so gebeutelt wirst vom Staat mit zahlreichen Auflagen, mit zahlreichen Regelungen, mit zahlreichen Steuern etc., dann ist das der falsche Weg, meiner Meinung nach. Schreibt eure Meinung rein. Bis zum nächsten und ciao.